Also ich war gestern beim Friseur, wie man sieht, ich habe drei Stunden dort rum gesessen und jetzt dann nachts, ne, dann liegt man ja immer schön auf den Haaren drauf, aber ich finde es trotzdem cool. Ich bin echt gespannt, wie die Leute in der Redaktion gleich reagieren werden. Hallo! Na, du? Ja, Steve, hallo! Warst du beim Friseur? Ja! Cool! Die Mädels erkennen es sofort! Hi, John! Ich finde es schön feierabend. Mann! Ey, warst du beim Friseur? Ja! Wie gut aus! Dankeschön! Hallo! Hey, na? Alles frisch und neu? Ja, neue Aktion mit irgendeinem Ziru später. Und sonst so, was Neues? Nee! Nee, alles gut, ja, ja! Toll! Aber die sind geil, dass du was gemacht hast beim Friseur? Ich war beim Friseur, ja! Da! Das war schön! Fällt dir was auf? Du bist schön, liebe Mann! Aber, fällt dir was... ...besonderes auf? Nee! So was von typischem Mann, denen fällt das überhaupt nicht auf! Die sind so ignorant! Mädels, ich bin mir sicher, ihr könnt mich da sicherlich gut verstehen, aber... Mir gefällt's! Mir gefällt's! Verdammt, du schon wieder! Mensch, jetzt weiß ich's! Warst du mein Friseur? Ja, fast! Ich drück dich mal in die Arme, Ruhe! Zwei Wochen! Zwei Wochen! Ja! Zwei Wochen! Boah, geil! So ein Duplo jetzt! Und nur für kurze Zeit! Zwei Wochen!